Hi. Ähm. Ja. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das gehen soll. Was man als schlecht bezeichnen kann. Ich bin aber wieder da übrigens, ne? Ich, äh. Ja, ich konnte das nicht so auf mir sitzen lassen. Nur eine Folge. Und es war auch sehr leise. Äh, ne? Was? Was rede ich? Egal, Yoshi, lassen wir nochmal weg. Vielleicht geht das nur ohne Yoshi. Auch wenn ich dadurch mein Scheld dann völlig umsonst gemacht habe. Aber egal. Immer noch haben wir es mit Yoshi ja hierhin geschafft. Das braucht schon mal eine Leistung. Muss mir auch mal erst jemand nachmachen. Dummerweise. Moment, geht's auch. Oh, fuck. Da geht's runter. Da geht's auch. Oh, fuck. Ah, das ist ja super. Hm. Scheiß. Gut, ähm. Ich habe an den Mikrofoneinstellungen rumgespielt. Also, es gibt da so ein kleines Problem. Mikrofonverstecker an, gleich zirpen. Dafür aber laut. Mikrofonverstecker aus, gleich leise, wie sonst was. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich ihn anmache, kommt das Zirpen. Wenn ich ihn ausmache, hört man mich nicht. Entschaltet, was ihr wollt. Äh. Ich kann mein Mikrofon auch nicht separat aufnehmen mit einem anderen Programm, weil das will ich irgendwie nicht aufnehmen. Keine Ahnung, warum. Kommt ein Error. Ähm. Moment, jetzt sind wir ja... Oh, wir sind in den Fall schon weggegangen. Super. Ähm. Ja, also... Wenn wir mal ein Programm und dann nachher lauter machen, kann ich die nicht immer auch nicht. Weil... Hä? Ich kapiere jetzt gerade mal nichts mehr. Okay, das ist das so. Okay, gut. Hier geht's ja nochmal runter. Oh. Wie tief geht's ja noch? Okay, hier ist eine Röhre. Bitte, 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 bitte. Äh, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. State safe, aber trotzdem mal... Nicht. Mag glaube ich eine schlechte Idee. Ich gucke mal, ob das... Ja, das... Das sieht mir doch... Das sieht mir richtig aus, wollte ich sagen. Und wäre ja, wenn nicht... Ich hab jetzt umsonst gespered, so Line, ne? dann weißt du was dir bevorsteht ne PC äh Spiel ja der PC kann auch so viel für dass dieser Hex scheiße ist naja gut wenn ich diesen Hexer bei Heck übrigens durch haben habe ich zwei Ideen für ein neues Projekt Projekt entweder ich mache das schon fast so oft gespielte ähm Spiel Super Mario Bros. X wie I wanna bezieht also das schon so fast so viel gespielte Spiel wie I wanna bezieht Super Mario Bros. X das war glaube ich ein richtiges Spiel oder ich mache ich spiele das Spiel Avatar ja ihr könnt aussuchen was ich machen soll ich werde mich selbst entscheiden wenn ja wenn keiner Votet wenn keiner was sagt dann entscheide ich selbst das hier ist ein Labyrinth oh wie Schlau Mania Chris das ist aber eine tolle neue Weisheit herausgefunden Höh es gibt tausend Wege nur einer ist richtig nur welcher der sieht gut aus den Nebeln jetzt weiß ich auch um dieses Level zu viel Zeit hatte man braucht ganz viel Zeit um den richtigen Weg zu finden das ist doch kacke und es leckt mal wieder beziehungsweise ist slow mode mal wieder mich down slow mode mich down ist laut auch meine mein Leben down viel zu viel bitte 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 leck mich doch ok wisst ihr was ich mache hier einen anderen Zestet so für den Fall dass wir wieder falsch gehen sehr viele Möglichkeiten bleiben wir eh nicht mehr ich habe gesagt nicht schwer wie blöd bin ich denn naja naja gut also ich habe jetzt ge- ich habe jetzt gemacht dass ihr das Zerp wieder habt dafür ich aber laut bin weil das ging ja gar nicht so leise da konnte man mich ja sowas von gar nicht verstehen hier war ich schon drinnen ja klar war ich hier doch schon drinnen da lang jetzt hier waren wir nämlich glaube ich als einziges noch nicht drin ja es ist natürlich immer das letzte wahrscheinlich es sei denn das hier ist jetzt auch nicht so richtig dann bin ich echt überfragt dann habe ich keine ahnung äh geist komm runter schlecht ja genau genau so wollte ich es haben lass mich raten wir müssen da runter ich gucke erstmal hier yo müssen da runter einen anderen weg kann ich mir jetzt gerade mal nicht vorstellen aber das ist noch eine röhre diese führt uns zu einem neuen die führt uns zu unserem schalter es ist aber auch wirklich immer das letzte gebiets und wie komme ich oh ich hab's shell for the win oh fail offizieller fail von maniacris ja genau so moment wo geht es da lang aha ich guck mal in beiden nach wo geht es hier lang was ist das denn und hier ah ok und da hinten geht es hier hin ja toll das hat es aber nicht gebracht ich will wieder da wo ich will aber oder da wollte ich doch hin oder ja hier hier muss ich doch hin oder 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 ich habe vergessen wo ich hin muss scheiße moment nee quatsch ich musste doch da in die eine röhre oder nicht wenn ihr kris geht alle fassen wege und die richtigen geht er nicht gehen wir wieder zurück so hier rein ok ich glaube hier muss nur ein nein nicht ja genau stepp ich hätte doch ein bisschen gehören benutzen können das ich habe aber keine ahnung warum ich noch nicht viel lauter war als hier ohne mikrofon verstärker ich weiß es echt nicht wow nein invisible coin blocks sind scheiße aber egal ich hab das trotzdem geschafft äh seltsame Hintergrund oh den Buch habe ich jetzt gerade übersehen ich habe nicht auf den Hintergrund geachtet ok nein 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 bitte nicht bitte sag dass man durch die Lava durch kann nein nein da habe ich ja jetzt gerade mal sowas von keinem bock drauf was wieso bin ich gestorben egal na jo nein wow Leck. Leck am Arsch. Ich glaube, ich schaff's nicht. Doch, klar. Was ich denn nie mehr schaffen würde. Ist ja gelacht. Yo, ich lache. Ich lache sowas von... Moment mal. Moment mal. Oh, shit. Oh, shit. Ah. Pound. Sowas von... Scheiße. Me has pounded your game. Das war, glaube ich, zu laut. Zirpen. But me has pounded you anyways. Ah. Okay. Hier lang. Äh, nein. Nicht daran. Lang. Ah, nein. Notenblöcke. Notenblöcke. Ich hab übrigens ein Leben bekommen. Wer es nicht bemerkt hat. Okay. Ich glaub, hier bleib ich jetzt... Ja, klar. Hier geh ich hin. Ist doch ganz logisch. Okay, runter. Runter. Ich brauch so viel Zeit wie möglich, damit ich am weitest... So weit wie möglich komme. Damit ich das wieder so schnell wie möglich beenden kann. Bzw. dieses Projekt, denn ich will endlich ein neues starten. Denn dieser Hack ist für einen Arsch. Oder für zwei Ärsche. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er für einen Arsch. Nur... Der Arsch von wem? Ist hier die Frage... Was rede ich? Oh! Ja! Das ist super, ne? Jo, das ist, äh, super. Das hast du super hinbekommen. Man hat sowas von keine Zeit dafür. Wetten... Oh! Oh, der Safe-Set war gut. Der war gut. Der war schlecht. Okay. Hier kann ich bleiben. What? Wie soll... Oh mein Gott. Oh-oh. Scheiße! Scheiße!